ja und herzlich willkommen hier auf dem channel sleeper.jk mit mir dem sleeper heute mal was ganz außergewöhnliches kein let's drink kein let's eat sondern ein let's test let's eat test ja wie gesagt ich habe das ja schon auf twitter und facebook und so gepostet dass ich mir die schärfte chili bestellen jetzt habe ich sie bestellt habe sie mir gekauft und willst du jetzt heute hier mit euch testen ob zu gucken schaffe ich das schaffe ich das nicht sie zu scharf ich esse gerne scharf ich bin daran gewöhnt scharf zu essen ich habe sie eben schon mal probiert hat dann so ein fitzelchen mit gegessen da ist leider nichts mit geworden ich habe nichts gespürt sag ich mal so jetzt habe ich mir gedacht dann ehrlich mal eine ganze nämlich die die schon angeknabbert habe und ist die mal ganz und wenn es mir dann zu scharf wird ich halte keine fünf minuten aus oder irgendwie so wenn es mir zu scharf wird dann würde ich sofort die milch trinken würde ich aber dann berichten zwischendurch wie scharf das ist damit ich mich damit ich mich mehr nachher wenn ich mich woanders anfassen mit meinen normalen händen mit diesen hier mit dem patsche händchen nicht woanders anfassen miteinander das mir dann das chili irgendwo hinschmiere der die schärfste chili der welt es gibt zwar noch eine schärfere die ist in kalifornien aber die zählt witz zu den schärfsten chilis der welt und ich möchte nicht die unbedingt wenn ich nach auf toilette gehe weiß ich weiß ich wenn ich doch auf toilette gehe rutscht dann mit dem papier meine finger gehen dann vom papier weg und ich habe dann schön die chili am arsch das ist das soll brennen wenn es irgendwann mal rauskommt im laufer des tages ja ohne viel zu quatschen nehmen wir jetzt mal raus sie habe ich zweimal eingepackt deswegen weil man es auf die haut kommt dann tut es richtig heiße wä ich habe da schon angefasst hier die tüte kleine die da drin ist habe ich dann hier am hals angefasst und dann brennt das brennt wie soll das brennt schon ein paar stunden ich kann da schon mit anderen chili ist mit normalen chili ist die kleinen teufelchen oder wie die heißen und da ist nichts weiteres passiert so sagen die ziemlich groß hier seht ihr die noch mal nicht dass er sagt da liegt uns ja an guckt guckt euch das an das sind die die hatte ich eben schon angeknabbert das sieht man hier unten glaube ich ist das die ja und da ist nichts weiteres passiert ich gedacht jetzt oh jetzt musste milch trinken ist aber nichts passiert und deswegen welche ungefähr bis hierhin weg beißen mal hier sieht man sind die kerne denke mal ja ist schon scharf ja verteilt sich jetzt den ganzen mund hier wurde ich sehr scharf da sind gebrennt es richtig und verteilt ist jetzt alles im mund drin ist schon scharf so wenig ralapeno sagen wir mal aber nur ein klein wenig schärfer brennt so als würde man sich die zucker anzünden langsam fühlt sich denn der mund mit wasser ist sehr scharf die brille jetzt nicht aus weil ich damit alles angefasst habe mit der chili und die legen wir jetzt hier an der seite so das wollte ich euch zeigen ich kann sie essen ich habe so weit abgebissen ich wollte noch nicht gerne essen die ist sehr scharf ja was ich sagen wir laufen schon die tränen runter aber da ich da ich hier nichts gut essen kann würde ich das schon irgendwann mal mit angefangen mein Vater hat scharf gegessen habe ich auch probiert habe ich mir die chinesische soße geholt mittlerweile kann ich das gut essen da ich ja gut essen kann würde ich vergleich gleich erst essen wie gesagt das lassen dass ich dann so übrig kann man dann nirgends wo einen arbeiten denn da so oder so jeder für mich gedacht ist ich sag jetzt nicht es ist nicht scharf ich sag jetzt nicht auch hast du gegessen ja aber ich kann auch sagen es denn nicht sofort er ist sie nicht ohne dass ihr euch daran gewöhnt hat an solchen sachen und die ganze zeit hat man hat man halt das wasser ist einem im mund zusammen läuft ja ganz normal auch beim essen so aber wie gesagt macht das zu hause nicht informiert euch darüber dann ist das langsam ihr müsst langsam euch daran gewöhnen die zu essen weil ich würde euch nicht empfehlen jetzt er hat sie gegessen laufen zwar tränen und der läuft das wasser im mund zusammen aber ich würde euch nicht empfehlen jetzt hat er die gegessen auch dann kann ich das auch bitte macht es nicht informiert euch erst wie schafft ihr sind ich kann aber zwar bei amazon bestellen die kosten 2 euro das versand kommt auch aus indien ich kann mir das hier noch erkennen so ihr gewachsenen indien das sind die lager gut hier chili aus dem web aus on the web punkt kommen aus England, denke ich mal, UK, heißt das auch, oder United Kingdom, wie gesagt, oder Great Britain, wie erst einmal halt, ne, bitte macht das nicht zu Hause nach, ich wollte euch das nochmal zeigen, wir sind in den ersten paar Malen, dann macht das nicht zu Hause nach, weil ich habe mich daran gewöhnt, die ich anschärfe, ich muss sagen, sie ist sehr scharf, man kann sie, also ich kann sie gut essen, aber mir denke ich jetzt, so eine Soße zu machen, die, um einen Stick zu machen, die ganze Dose auszulehnen, ich glaube, dann würde ich auch da Probleme richtig mitbekommen, so, tränk jetzt mal kurz ein bisschen Milch, so, ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß, seht, dass ich sie gegessen habe, nicht nur, ich habe sie mir gekauft, bis hier, ich esse sie auch, ne, sondern ich habe sie ja gegessen, ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß, und vielleicht kommt demnächst ja noch ein anderes Video, in dem es geht, mit Schärferen, oder mit anderen, oder was ich da vielleicht mit draus gemacht habe, aber wie gesagt, viel Spaß damit, und bis zum nächsten Mal, ciao!